Vielen Dank, liebe Birgit, für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch wiederholt hier zu sein. Ich bin immer gerne beim Netzwerk dabei. Die Stimmung ist hier eigentlich immer sehr, sehr gut. Es kommen sehr viele spannende Beiträge. Nicht zuletzt ist es auch immer wieder die Begegnung von östlicher und westlicher Philosophie, die mich wirklich begeistert. Ich bin mir sicher, dass es sehr unterschiedliche Vorkenntnisse gibt. Deswegen werde ich auf jeden Fall im ersten Teil ein bisschen was erklären und so ein bisschen die aktuelle Entwicklung nur grob umreißen, um dann auf ethische Fragen zu kommen. Und auch die Frage, mit welcher Haltung wir dem Ganzen begegnen, was uns da erwartet. Also Hype um ChatGPT. Wie ihr werdet es alle mitbekommen haben, dass seit letzten November etwa sehr intensiv in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird. Teilweise große Euphorie, teilweise Erschrecken oder auch Ratlosigkeit. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Was ihr jetzt seht, dieses Bild, das habe ich mit dem Schwesterprogramm von ChatGPT erstellt. Also mit Doll E. Auch das kann man ja frei verfügbar ausprobieren. Und ja, man sieht natürlich ein bekanntes Motiv der Kunstgeschichte, ein Teich mit Seerosen. Also wer von euch etwa die Impressionisten kennt, Monet etwa, der wird solche Seerosen kennen. Sie stehen ja auch, wenn man es symbolisch deuten will, so ein Stück weit für ein Zurück zur Natur. Es ist auch so ein Stück Neoromantik, eine Auseinandersetzung mit der Natürlichkeit und auch der Materialität. Das wollten ja auch die Impressionisten zum Licht und zur Farbe zurück und weg von der akademischen Künstlichkeit. In diesem Fall sind nun in diesem Seerosenteich einige Androiden unterwegs. Tja, vielleicht, was suchen sie da? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht sind sie ja auf der Suche nach der Natur. Wir wissen nicht, ob sie in der Lage wären, sie zu finden. Schließlich stehen sie ja eigentlich mittendrin. Aber wir sind in unserer hochtechnisierten Welt ja manchmal versucht, uns selbst als technisierte Wesen zu sehen, die selbst auch ein wenig auf der Suche sind nach der Natur. Was ich an der Diskussion über diese verschiedenen Programme interessant finde, ist, dass bei den bildgebenden, also bildgenerierenden Programmen, wie zum Beispiel Dolly, da gibt es zwar Urheberrechtsstreitigkeiten, aber denen wird im Allgemeinen nicht mögliches Selbstbewusstsein oder so etwas unterstellt. Die werden eigentlich nicht sozusagen als große Herausforderung für die menschliche Natur gesehen. Das ist bei den Sprachmodellen, bei den Machine Learning Programmen, die Sprache generieren, ist das anders. Und das hat natürlich etwas mit der Sprache zu tun. Text und Überlieferung gibt es ja schon sehr lange Zeit. Aber nun sind plötzlich diese Sprachgeneratoren auf den Plan getreten. Und auch wenn wir vorher schon einigermaßen beeindruckt waren von den Möglichkeiten der digitalen Welt, so scheint es zumindest im Moment, wenn wir den Diskurs um Chat-GPT und sprachgenerierende Programme uns anschauen, scheint so eine Art, ja, neuer, eine neue Qualität oder fast eine neue Mythologie zu entstehen. Für die einen ist es eine Dystopie, für die anderen ist es, als wenn sich dort ein Portal öffnet aus dieser Textgenerierung, das in ganz ungeahnte Zukünfte führt, die sich jetzt gerade eröffnen. Und wir sind, glaube ich, alle neugierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch etwas verunsichert über das, was da auf uns zukommt. Ich spreche heute Abend nur über Chat-GPT, also den Chatbot, der von der Firma OpenAI entwickelt wurde. OpenAI ist kein offenes Unternehmen, also keines, wie man das sonst kennt, wenn Dinge mit Open sonst was benannt werden, die zum Beispiel ihren Quellcode offen darlegen. Das ist da nicht mehr so. Das ist ein ganz normales Unternehmen, inzwischen in das Microsoft kürzlich ja wiederum sehr viel investiert hat und dass Microsoft jetzt auch in seine Suchmaschine Bing integriert hat und auch in Word, also das Schreibprogramm von der Office Suite integrieren will. Es gibt inzwischen auch noch andere, wie zum Beispiel Google, die noch ein anderes, auch eine Sprachgenerierungs-KI schon längere Zeit entwickeln, Lambda. Es gab hier und da schon mal kurze Auftritte, zum Beispiel einen Telefonanruf, bei dem ein Termin bei einem Friseur vereinbart wurde und der Angerufene hat nicht gemerkt, dass er mit einer KI bricht in dem Moment. Das wurde im Nachhinein als zwar erstaunlich, aber eigentlich auch nicht ganz korrekt wahrgenommen. Im Moment arbeitet Google seit dem kürzlichen Erfolg von Chat-GPT daran, Lambda auch in ähnlicher Weise in die Suchmaschine Google einzubauen. Sie sind aber noch ein bisschen zurückhaltender. Dann der asiatische Riese, ein Riesenkonzern Baidu hat wiederum auch einen eigenen Chatbot. In der deutschen Übersetzung heißt er Ernie. Und auch hier bei uns in Deutschland wird durch die Fraunhofer-Gesellschaft, durch zwei ihrer Institute nochmal ein eigenes Programm entwickelt, Open GPT-X, was für Europa gelten soll und dann auch an die europäische Cloud Gaia-X angeschlossen werden soll, um Europa unabhängiger zu machen von den digitalen Services aus anderen Ländern. Also was wir momentan in dieser geopolitischen Landschaft beobachten können, ist ein ziemlich heftiger Wettbewerb. Das ist auch sehr spannend, aber darüber möchte ich jetzt heute Abend nicht sprechen. Das wollte ich nur einmal kurz der Information halber angerissen haben. Da finden Sie natürlich wahnsinnig viele Artikel, wenn Sie in Ihre Suchmaschine einfach die entsprechenden Begriffe eingeben. Heute Abend soll es ja um ein anderes Thema gehen und zwar, wie können wir eine gute Haltung dazu einnehmen und entwickeln und behalten, wenn wir jetzt von diesen Algorithmen in neuer Weise belagert werden gewissermaßen. Denn das eigentlich Neue oder Erstaunliche an Chat-GPT und anderen ist ja, dass die Mensch-Maschine-Interaktion dadurch anders funktionieren kann und wahrscheinlich auch anders funktionieren wird. Das heißt, wenn wir an Hotlines denken, wenn wir an Services, Servicebereiche denken, vielleicht auch, wer weiß, im Gesundheitsbereich und so weiter, überall da, wo es um Austausch geht, wäre es theoretisch möglich, so etwas mit einzubinden. Mit welcher Haltung können wir dem begegnen, was da auf uns zukommt? Dafür müssen wir zunächst ein Stück weit verstehen, wie diese Programme funktionieren. Ich bin selbst kein Informatiker und kein Data Scientist. Ich arbeite nur mit denen zusammen. Insofern sollte es nachher dazu noch detaillierte Fragen geben, kann ich immer nur weiterverweisen. Aber einige grundlegende Dinge kann ich erklären. Eine Phrase, die im Diskurs um Chat-GPT herumgeistert, ist die, dass es ein stochastischer Papagei sei. Warum sagt man das überhaupt? Das sagt man deshalb, weil wir häufig aufgrund dieser enormen, Sprachfähigkeit, sage ich jetzt erst mal, von Chat-GPT, dazu neigen, zu viel Fähigkeiten zu unterstellen. Wir glauben mit anderen Worten, dass das Ding viel mehr kann, als es eigentlich kann. Und um diese Illusionen ein Stück weit aufzulösen, spricht man von einem stochastischen Papagei. Das heißt, dieses Programm hat gelernt, auf bestimmte, jetzt müssen wir natürlich in der Sprache eines Organismus, wie eines Papageis sprechen, also so beschreiben, aufgrund eines Reizes, einen bestimmten Laut von sich zu geben, durch Training. Aber der Papagei versteht natürlich nicht, was er da sagt. Was nun zusätzlich ist, bei Chat-GPT, ist, dass dabei eine Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Rolle spielt. Es wurden nämlich sehr, sehr viele Daten eingelesen und dann wurde das Programm trainiert durch Menschen. Also, ich glaube, etwa 800 Mitarbeiter in Afrika, sehr unterbezahlt, die dieses Programm immer wieder trainiert haben, indem sie Eingaben gemacht haben und mit dem kommuniziert haben. Und dann hat das Programm eben gelernt, dass, wenn eine Eingabe kommt, dass dann mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit aus den Daten so eine andere, eine bestimmte Ausgabe zu erfolgen hat. Und diese Ausgabe wird dann ausgegeben. So, das heißt, das Wahrscheinlichste aufgrund der Daten. das ist, was der stochastische Papagei tut. Ich weiß nicht, ob wir dem Papagei da nicht etwas Unrecht tun, denn ein Papagei kann ja doch noch eine ganze Menge mehr, was so ein Programm nicht kann. Das ist nochmal eine andere Frage, aber um das zu verdeutlichen, möchte ich ein anderes Beispiel bringen, was ich finde sehr klärend ist und durchaus in der Debatte etwas deutlicher vorkommen könnte. und zwar das Gleichnis des chinesischen Zimmers. Das stammt von dem US-amerikanischen analytischen Philosophen John Searle aus seinem Buch The Rediscovery of the Mind, die Wiederentdeckung des Geistes. Und da setzt er sich mit künstlicher Intelligenz auseinander, auch um davon abzugrenzen, was nun menschliches Bewusstsein ist und was KI eben nicht kann. Und er beschreibt es folgendermaßen, das kann man an diesem Bild veranschaulichen, das hat übrigens nicht Dolly oder ein anderes bildgenerierendes Programm gezeichnet, sondern unser jüngerer Sohn. Sie sehen auf der linken Seite, da ist dieser lächelnde Mensch, der wirft so ein Kugel oder ein Steinchen durch so eine Röhre den Eingang und darauf befindet sich ein chinesisches Schriftzeichen. In der Mitte steht jetzt jemand, der nimmt sich dann diese Kugel, schaut da drauf, was da für ein Zeichen ist und guckt dann in ein großes Buch. In diesem Buch stehen ganz viele Regeln drin, nämlich wenn dieses Zeichen kommt, dann das Zeichen ausgeben. Und dann guckt er in der Kiste in seinem Vorrat und sucht sich die ganzen anderen Zeichen raus, jeweils das Zeichen, was er dann ausgeben soll und das wirft er auf der anderen Seite dann in den Ausgang. Und da wiederum steht jemand, der dieses Zeichen entgegennimmt. Nun kann es natürlich sein, dass dieses Regelbuch so gut ist, dass diejenigen, die da die Steine ein- und auswerfen, der festen Überzeugung sind, dass der da drin chinesisch kann. Wie könnte er sonst so korrekt und so gefühlvoll und was man da alles noch hinein interpretieren kann, so treffend mit einem kommunizieren. Aber natürlich kann es sein, dass der in der Mitte überhaupt kein chinesisch kann. Der braucht auch überhaupt kein chinesisch zu können. Er muss ja nur sehen, welche Zeichen reinkommen und er muss das Regelbuch lesen können. Und dann die richtigen Zeichen ausgeben. Und das ist es im Prinzip, was ChatGPT macht. Nur könnte man sagen, das ist jetzt noch, das Regelbuch ist noch um einiges komplexer. Aufgrund der, weil so viele Eingaben gemacht wurden, ist derjenige in der Lage gewesen, auch noch Muster zwischen den verschiedenen Zeichen, wann welches Zeichen, wie, wann mit welchem anderen zusammenkommt oder nicht und so zu erkennen und berechnet dann jeweils in seinem Buch, vielleicht hat er noch einen Taschenrechner dabei, was das wahrscheinlichste Zeichen ist, was er dann ausgeben soll, wenn das und das Zeichen reinkommt. Und dann gibt er das Zeichen raus. Und das ist das, was ChatGPT im Wesentlichen macht. Das bedeutet natürlich, dass sich diese Ebene der Zeichenmanipulation man könnte auch sagen auf der rein syntaktischen Ebene befindet, nicht auf der semantischen Ebene, nicht auf der Ebene von Bedeutung und auch nicht auf der Ebene von Handlungen oder konkreten Weltbezügen. Das findet dort alles nicht statt. Aber das ist genau das, was man neigt, dem Programm zu unterstellen, wenn die Ausgaben, die man bekommt, eben sehr, sehr gut sind. Inzwischen haben natürlich viele Fachleute sich damit auseinander gesetzt, was kann dieses Programm und was kann dieses Programm nicht so gut. Und damit es erstmal kein Missverständnis ist, das ist natürlich eine großartige Leistung, so ein Programm auf diesem Niveau hinzubekommen. Das ist schon ziemlich erstaunlich, was man dann machen kann. Wer von von ihnen das noch nicht selbst ausprobiert hat, ich kann sie nur dazu ermuntern, es ist mitunter auch ganz erheiternd, aber auch immer wieder wirklich erstaunlich, weil einfach die Kombination von Prompts, also von Aufgaben, die man dem Programm geben kann, eigentlich zu sehr, echt tollen Ergebnissen führen, aber bestimmte Dinge passieren immer wieder und wurden inzwischen auch von Fachleuten festgestellt. Hier eine Liste davon, also erstmal das System macht falsche faktische Aussagen, also das ist, obwohl Wikipedia dort mit in dieser Datenbank drin enthalten ist, guckt das System nicht nach, welches jetzt die richtige Antwort ist, laut Wikipedia oder so etwas, sondern es macht eben eine stochastische Berechnung, was am wahrscheinlichsten ist, auf Grundlage der gesamten Daten und das heißt, da kommen immer wieder falsche Dinge raus, die einfach nicht stimmen. Mittlerweile, manchmal ist es sogar so, dass das System sich eigene Dinge ausdenkt, das sind die sogenannten Konfabulationen, ja, das ist eigentlich ein Begriff aus dem Medizinischen, wenn Leute so das Korsakoff-Syndrom haben oder auch manchmal bei dem Menschen mit Demenz kommt so etwas vor, dass Erinnerungen produziert werden, die es eigentlich nie gegeben hat. Und so macht das das Programm im Prinzip auch. Also Sascha Lobo etwa hat dem Programm mal die Frage gestellt, welches ist das größte eierlegende Säugetier? Und da kam dann raus der Elefant und wurde auch mit genau angegeben, wie schwer so ein Elefantenei ist und so weiter. Also mit jede Menge Fakten untermauert, aber es ist natürlich kompletter Unsinn gewesen. Und auch bei den berühmten Aufsätzen, wo es für so große Aufregung gesorgt hat. Dass man sagen kann, schreibt mir einen Aufsatz über die Erste Sinfonie von Beethoven und ihre Bedeutung für die Musikgeschichte, dann hat das Programm so einen Aufsatz auch geschrieben, inklusive Quellenangaben, Fußnoten und alle haben gesagt, wow, jetzt, ja, das ist eigentlich, was wir immer wollten. Die Schwierigkeit ist nur, dass diese Quellenangaben häufig gar nicht existierten. Also es waren wirklich ausgedachte, herbeispekulierte, nicht existierende Quellen. Und auch das, was in den Aufsätzen dann jeweils steht, ist mit Vorsicht zu genießen. Denn das Programm ist zum Beispiel kein Logikprogramm oder Mathematikprogramm. Es hat ein Mangel des Verständnisses von Logik und Mathematik. Also die Kollegen aus der Mathematik sagen, dass das Programm zwar tatsächlich rechnen kann, also sich selten verrechnet, aber es ist mit der eigentlichen Mathematik ab Mittelstufe meistens überfordert. Also da ist es eher zufällig, dass mal eine richtige Antwort kommt und wenn, dann häufig mit sehr falscher Begründung. Ein weiteres Problem sind die Vorurteile der Daten. Das kann man sich leicht veranschaulichen, wenn man sich überlegt, wo die Daten herkommen. Erstmal die Daten sind natürlich auf einer öffentlich zugänglichen Datensammlung hergenommen und das bedeutet erstmal, längst nicht alle Menschen auf diesem Planeten sind dort vertreten, weil ja gar nicht alle Menschen an der digitalen Gesellschaft teilhaben. Zweitens, die Daten, die dort sind, also alle Texte, die da so geschrieben wurden, die wurden natürlich erstmal überhaupt von nicht repräsentierend von allen Menschen gleichen Geschlechts und gleicher Hautfarbe, sondern von denen, die mehr im Internet unterwegs sind und dort mehr geschrieben haben und so weiter produziert und die Vorurteile, die man dort findet, Sexismus teilweise, Rassismus und so weiter, die werden dann in den Antworten oder wurden sie zumindest am Anfang tatsächlich einfach reproduziert. Dem hat man inzwischen versucht, Herr zu werden, indem man Filter eingebaut hat, um also zu sagen, okay, das wirft die KI leider aus, dann müssen wir halt noch irgendwie Filter davor setzen, dass bestimmte Dinge einfach nicht durchgelassen werden, denn wir wollen einfach nicht, sexistische, rassistische Äußerungen von Chat-GPT produziert werden. Ja, natürlich hat die KI auch kein Situationsverständnis, also zum Beispiel, welche Sprechakte sie jetzt gerade ausübt, ja, ob jemand zum Beispiel beleidigt wird oder ob jemand, wenn wir uns vorstellen, das findet statt in einer Art Therapieprogramm, in einem Coaching-Programm, dann könnte es dort ja eine Form von psychischer Abhängigkeit geben, dass jemand sich sehr auf das Programm verlässt oder zu sehr darauf stützt und so weiter, dafür hat das Programm natürlich kein Verständnis, es hat keinen gesunden Menschenverstand, also bei manchen Dingen, in die man sich so reinsteigert, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ja, Moment mal, aber ist das denn jetzt überhaupt sinnvoll, was ich da sage und es hat auch keine Integrität, ja, also die verschiedenen Aussagen, die das Programm produziert, an unterschiedlichen Situationen, die müssen überhaupt nicht zueinander passen, die können sich alle komplett widersprechen, damit hat das Programm kein Problem, das ist bei uns Menschen anders, wir würden sagen, wenn ich das, wenn ich hier A sage und dann aber gleichzeitig nicht A, also die gegenteilige Aussage, dann muss ich ja irgendwie überlegen, was von beiden ich denn nun für richtig halte, wenn ich tatsächlich nicht beides gleichzeitig für richtig halten kann, so, also das sind mal so einige Probleme, wir vergessen nicht, die lernt natürlich weiter und GPT nächste Generation, nämlich vier, wird sozusagen heiß erwartet und kommt wahrscheinlich demnächst, das glaube ich auch schon angekündigt, aber wir werden sehen, inwiefern das eine quantitative Verbesserung, ein Feintuning von manchen Leistungen ist und inwiefern es bestimmt eine bestimmte Ebene dort gibt, die nach wie vor für eine KI unzugänglich bleibt. zwei grundlegende Dinge sehe ich erstmal, die auch ein besseres Programm nach meinen Erwartungen erstmal so nicht wird lösen können. Das eine ist, wenn wir uns auch an das Gleichnis vom chinesischen Zimmer erinnern, das Programm hat natürlich einfach kein Weltwissen, es hat keinen Körper, es ist nicht Teil einer Gemeinschaft, es hat kein Urteilsvermögen. Das sieht man daran, dass die Gründe, die ChatGPT gibt für bestimmte Äußerungen völlig unsortiert sind. Also wenn man etwa, wenn man zum Beispiel fragt, was sind denn Dinge, die gegen den Ukraine-Krieg sprechen, dann gibt das Programm ja Gründe aus und sagt zum Beispiel, ja, also erstens ist es ein Angriff auf einen souveränen Staat, zweitens Tausende von Menschen kommen ums Leben und drittens die Energiepreise sind sehr gestiegen. Und da würde jeder sagen, Moment mal, du sprichst eben von Menschenleben und jetzt nimmst du als dritten schlagenden Punkt zum Ende die Energiepreise, was ist das denn bitte? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Also die Fähigkeit, die Relevanz von Gründen für so etwas einschätzen zu können, dass ja, im Moment klappt es nicht. Wir werden wissen, wie es dann weitergeht, wenn die nächste Version draußen ist, aber ich bin da skeptisch. Und das zweite Problem, was ich sehe, ist, dass eben das Programm keine Verantwortung übernehmen kann. Wie sollte es auch? Also man kann vielleicht versuchen, bestimmte Verhaltensweisen zu begrenzen oder einzuprogrammieren, aber das Programm selber ist natürlich kein normatives Wesen, das von normativen Regeln geleitet ist und irgendwie Verantwortung für irgendetwas übernehmen würde. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, denn wir Menschen sind eine kooperative Spezies. wir sind voneinander abhängig und der große evolutionäre Erfolg, den wir haben, ist im Wesentlichen auf unsere Kooperationsfähigkeit zurückzuführen. Für diese Kooperation brauchen wir Normen, nämlich einfach die Regeln guter Kooperation. Zum Beispiel, wir arbeiten zusammen an etwas und die Früchte der Arbeit werden hinterher geteilt. Und zwar fair. Das wäre zum Beispiel so eine Norm gegenseitigen Respekt der Akteure. Wenn das eben nicht passiert und zum Beispiel von zwei Akteuren einer dann nachher die Früchte für sich allein beansprucht, dann wird der andere die Zusammenarbeit aufkündigen. Erst wird er einklagen und dann wird er sagen, nächstes Mal kannst du alleine machen. Mit dir kooperiere ich nicht nochmal und in der Gruppe wird derjenige dann vermutlich auch den Ruf eines nicht so guten Kooperationspartners haben, den er vielleicht aber auch wieder reparieren kann, wenn er sich entsprechend verhält. Also diese Art von Normen im Miteinander für gute Kooperation, die macht uns eigentlich so erfolgreich und deswegen können wir es auch nicht zulassen, dass so ein hoch skalierbares sprach generierendes Programm frei von diesen Normen guter Kooperation sein soll. Denn es geht ja um Interaktion. Es geht nicht nur um Mensch-Maschine Interaktion, sondern es geht darum, dass das ein weiteres Werkzeug der gesellschaftlichen Kooperation ist. Das ist glaube ich für jeden Einzelnen von uns wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass Normen für uns so eine wichtige Rolle spielen und das ist ein ganz schlagender Unterschied zu dieser Sprach-KI und da möchte ich erinnern an Immanuel Kant, den großen Exponenten der Aufklärung, der ein neues Verständnis von positiver Freiheit formuliert hat, nämlich als Autonomie von Auto sich selbst und Nomos das Gesetz, also Freiheit als die Fähigkeit sich selbst das Gesetz zu geben. Das bedeutet also einmal sich nicht in sozusagen der eigenen Gesetzgebung von anderen direkt beeinflussen zu lassen, sich aufzwingen lassen, also Autonomie als frei von Zwang zum Beispiel, aber es heißt natürlich auch, dass man in der Lage ist, sich selbst dann auch an dieses Gesetz zu halten. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie möchte ich denn leben? Wie möchte ich denn sein? Zum Beispiel ich möchte jemand sein, der andere nicht vorschnell verurteilt. Das bedeutet, dass ich natürlich auch in den zukünftigen Situationen, wo ich vielleicht mal mit jemandem zu tun habe und dann habe ich eine emotionale Reaktion und dann neige ich vielleicht dazu, diesen jemand vorschnell zu verurteilen, dann muss ich eben auch die Fähigkeit haben, in dem Moment mich daran zu erinnern, dass das ja nicht die Art und Weise war, wie ich sein wollte und mich dann anders zu verhalten, meine Einstellung zu dieser Person dann zu ändern, also auch die Einstellung zu den spontanen Intuitionen, die ich vielleicht habe, die nicht immer richtig sein müssen und wenn ich das kann, dann bin ich in diesem Sinne autonom, selbst gesetzgebend und damit frei. Das heißt, menschliche Freiheit besteht wesentlich darin, Selbstverpflichtungen eingehen zu können und das bedeutet natürlich in der Gemeinschaft, dass wir miteinander diese Verpflichtungen auch eingehen können. Das, glaube ich, ist ein ganz großer Unterschied. Man kann es sich fast nicht grundlegend genug vorstellen, wie groß dieser Schritt ist, den Kant damals mit diesem Freiheitsverständnis gemacht hat, weil das auch bedeutet, dass nämlich Freiheit und Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstbestimmung nicht einfach sozusagen eine Lampe im Bewusstsein ist, die dann auch noch angeht, nach dem Motto vorher war nur bewusst und dann geht noch so eine Lampe in der Ich-Perspektive an, so eine Selbstbewusstseins Lampe und dann ist man selbstbewusst, so wie Descartes das vielleicht noch gedacht hatte, sondern der Unterschied, der Schritt vom zum Selbstbewusstsein besteht darin, sich als ein normatives Wesen zu begreifen, das verantwortlich ist für wie es urteilt, wie es handelt, was es denkt, was es fühlt. Und ich glaube, wenn wir, wenn man das versteht, dann glaube ich, kann man sehr deutlich verstehen, warum die Projektionen, die wir manchmal jetzt unternehmen mit der KI, dass da so ein neues Bewusstsein irgendwie entsteht und so weiter, glaube ich, weit, weit davon entfernt sind. Ich würde vielleicht sogar darüber nachdenken, ob man nicht sagen könnte, dass die sowas wie ChatGPT eigentlich nicht bewusster oder empfindungsfähiger ist als der Stift, mit dem wir schreiben. Es ist komplexer als der Stift, aber es gibt keinen Grund zu sagen, dass da irgendwie ein Mehr an Bewusstsein sei, so wie das Wesen, dem die Hand gehört, seiner selbst bewusst ist. Die Frage ist, was kommt jetzt auf uns zu an diesem ganzen großen Thema, was bedeutet das für unser Leben, also unabhängig von der Frage, was KI ist und was ist der Unterschied zu menschlichem Bewusstsein, die Frage ist, was bedeutet das jetzt für unsere Gesellschaft. Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich hier auch nur kurz anreißen möchte, denn es ist keineswegs so, als ob die Experten auf der wirtschaftlichen, auf der politischen, auf der wissenschaftlichen Ebene von dieser Entwicklung jetzt komplett überrascht wären. Das ist nicht so. Man setzt sich mit KI und vertrauenswürdiger KI schon seit einiger Zeit auseinander und einige von euch werden es vielleicht schon gehört haben, der AI Act, also der, die Verordnung zum vertrauenswürdigen Umgang mit künstlicher Intelligenz, die ist quasi in der Pipeline, schon bevor Chat GPT bekannt wurde und ja, wird in der nächsten Zeit, in den nächsten ein, zwei Jahren oder so wird dieser Act verabschiedet werden und vieles, was sich darin befindet, wird schon direkt Relevanz haben, zum Beispiel vermutlich wird es per Gesetz nötig sein, dass man für jeden Benutzer kennzeichnet, wenn er mit einer KI KI zu tun hat, dass kein Nutzer getäuscht werden kann und denkt, er hat mit einem Menschen zu tun, aber in Wirklichkeit ist es eine KI. Das wird vermutlich gesetzlich festgelegt werden. Ob das alle Auswüchse dessen eingefangen werden können, das werden wir sehen. Wir werden vermutlich neue Varianten des Enkeltricks vielleicht bekommen und dieser typischen Nachrichten hier gehijackte Messenger Accounts von Menschen, die wir kennen. Plötzlich bekommen wir von denen irgendwie so einen komischen Link, den wir drücken sollen. In Wahrheit haben sie das aber gar nicht geschickt und hinter dem Link verbirgt sich irgendeine Schadsoftware. Das kann sein, dass jetzt zukünftig da tatsächlich schön geschriebene Texte auf uns zukommen und wer weiß, mittlerweile ist ja auch die Generierung von Sprache schon ziemlich weit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch vor politischen Wahlen plötzlich täuschend echt klingende Politiker Statements bekommen mit Dingen, die sie nie gesagt haben. die sie aber gesagt haben könnten, weil es so echt klingt. Also da sind wir, glaube ich, wirklich gefordert, noch mal kritischer zu werden gegenüber dem, was wir hören, was wir sehen, mit eigenen Augen und Ohren. Und als Gesellschaft brauchen wir, glaube ich, um uns demokratisch zu festigen, hier noch mal wirklich verstärkte, gut funktionierende Faktenchecks, wo man sich wirklich als Bürger gut informieren kann, wenn etwas widerlegt ist, als eine Falschmeldung ein Fake. Das mal kurz zu diesem Bereich, das möchte ich aber eigentlich gar nicht so lange machen, vielleicht können wir da später noch ein bisschen drüber sprechen. Hier noch mal kurzer Einblick in das, was in diesem AI-Act so alles drinsteht, also da geht es darum, in welchen Kontexten darf denn überhaupt so ein KI-System eingesetzt werden, abhängig davon, wie groß das Risiko ist, wenn man es einsetzt. Das hängt ja vom Kontext ab, nicht von dem System per se, sondern von dem Kontext. Und dann können Sie hier sehen, also ganz unten grün ist sozusagen unproblematisch, private E-Mails, Chats, Blogs in geschlossener Gruppe und so weiter. MÜ steht hier für Maschinelle Übersetzung, das ist also für einen Vorläufer von den sprachgenerierenden Programmen, aber das wird für die sehr ähnlich aussehen. Nun können Sie, mögen Sie sagen, ja Moment mal, aber da kann man ja Leute auch für E-Mails, da kann man doch Leute auch total leicht jetzt betrügen oder sich als auf eine Weise darstellen, wie man gar nicht ist mit allen Folgen und so weiter. Ja, das ist natürlich richtig, das fällt natürlich dann nach wie vor unter Betrug. Die Frage ist nur, ob die Anwendung grundsätzlich reguliert werden muss. Das ist ja die Ebene, auf der wir uns hier bewegen, die Ebene der Regulierung. Ich gehe jetzt nicht durch die ganzen einzelnen Stufen, es reicht, wenn Sie einfach verstanden haben, dass es hier darum geht, dass wir in Zukunft in vielen einzelnen Bereichen werden schauen müssen, wo ist es unbedenklich, wo kann es problematisch werden, wo ist es immer problematisch und gehört deswegen verboten. So, also welche Haltung sollen wir denn nun einnehmen zu dem Ganzen? Vielleicht hat das eine oder andere, was ich inhaltlich gesagt habe, bei Ihnen schon eine bestimmte Haltung hervorgerufen. Ich bin sehr gespannt, gleich, wenn wir das Gespräch öffnen, da mehr drüber zu hören. Also, was sollen wir machen? Man könnte sich jetzt total zurückziehen, Askese. Das wäre sozusagen, wenn ich mich mal im Kontext der antiken griechischen Philosophie bewege, wäre das Diogenes von Sinope, der in der Tonne gelebt haben soll. Hier hat er auch tatsächlich noch eine Lampe. nach einer Erzählung soll er sich selbst mal für inkonsequent gehalten haben, weil er eine hölzerne Trinkschale hatte und er meinte, ich könnte ja auch aus der hohlen Hand trinken, also die Schale ist eigentlich schon zu viel, da bin ich ja total inkonsequent, es ging ja auch mit noch weniger. Nun, die Grundeinstellung der Königer ist also, wenn man was besitzt, dann wird man besessen, deswegen sollte man so wenig wie möglich besitzen, damit man so wenig wie möglich besessen wird. Das ist ein möglicher Weg. Die Frage ist, ja, ob man das möchte, ob man sich davon, könnte man jetzt kritisch einwenden, nicht auch ein Stück weit von den Möglichkeiten des menschlichen Lebens abschneidet, das Leben hat doch so viel mehr zu bieten auch, soll das jetzt wirklich alles schlecht sein, also muss man das wirklich alles weglassen, also muss man zum Beispiel in diesem Fall diese ganzen Möglichkeiten, die ChatGPT bietet, alles nicht machen, alles Teufelszeug, bloß nicht ins eigene Leben lassen, ist eine mögliche Haltung. Eine andere Haltung wäre die der Stoiker, ja üblicherweise kennen wir Seneca oder Epictet, hier mal Marc Aurel, der römische Kaiser als bekannter Stoiker, seine Selbstbetrachtungen sind ja ein Klassiker der Philosophie, sehr gut lesbar übrigens, kann ich jedem nur empfehlen, wäre die Frage, sollen wir also eher einfach gelassen sein, sollen wir es einfach, geht es jetzt weniger darum, wie viel wir haben oder wie wenig, sondern geht es eher darum, welche Haltung wir dazu eigentlich einnehmen, das heißt, wir dürfen auch bei ChatGTP und bei diesem ganzen Kram mitmachen, es kommt nur darauf an, welche Haltung, lassen wir uns davon einfangen oder bewahren wir uns eine innere Unabhängigkeit, eine innere Freiheit. Manchmal hat das auch ein bisschen was von Bejahung des Schicksals mit der Stoar. Sie kennen vielleicht die Erzählung, ein Hund ist angeleint an einem fahrenden Wagen und je straffer die Leine ist, desto mehr zieht sie sich zu, desto weniger Luft bekommt er, desto unangenehmer ist das Ganze. Jetzt kann der Hund natürlich sich dagegen sträuben mitzulaufen, dann wird es schmerzhaft, er könnte sich aber auch dafür entscheiden, einfach hinter dem Wagen herzulaufen, dann kann er wieder leichter atmen. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns so gerne mit so einem Hund identifizieren, es geht ja hier auch nicht generell um alles, was wir unter menschlicher Freiheit verstehen, sondern es geht um das, in diesem Beispiel, was wir nicht beeinflussen können, um den Bereich, den wir nicht beeinflussen können. Und jetzt können wir uns quälen, dass es so ist, oder wir können sagen, ja gut, ich kann sowieso nicht anders als mitmachen, man könnte jetzt sagen, wir werden sowieso in Zukunft mit diesen Sprachassistenten überall zu tun haben, also sollte ich das grundsätzlich erstmal bejahen, mich darauf einlassen, mich nicht jedes Mal aufregen, wenn ich jetzt in Zukunft mit so einem Ding mal zu tun haben werde und dann mich lieber sozusagen gelassen darauf einlassen. Eine dritte Haltung, die ich noch kurz anreichen möchte, das wäre die besonnene Gestaltung, habe ich es jetzt mal genannt, das verbinde ich mit dem Namen Aristoteles, für den also die Arbeit an der inneren Haltung, eine Tugende zu entwickeln, auch sehr, sehr wichtig gewesen ist, aber er hat auch gesagt, wir sind eben körperliche, biologische, soziale Wesen, wir brauchen einander, wir sind in der Welt verankert, in unseren Körpern, wir sind verletzlich und wir brauchen nicht so zu tun, als ob wir das irgendwie abstreifen könnten, sondern wir müssen verstehen, dass wir verletzlich sind und einerseits müssen wir dann eben die Bedingungen so gestalten, dass wir hinreichend sicher sind und uns gut entfalten können, auf der anderen Seite müssen wir aber auch verstehen, dass viele wirklich wertvolle Dinge des Lebens gerade erst um den Preis uns zugänglich sind, dass wir uns verletzlich machen, wie zum Beispiel sich auf eine Freundschaft tief einlassen, dann lassen wir uns eben auch darauf ein, dass uns jemand vielleicht betrügt, verrät oder so und wir dann sehr verletzt sind oder dass jemand zum Beispiel einen Unfall hat und wir sehr traurig sind. Das ist, würde er sagen, kein Grund jetzt nicht mehr Freundschaften einzugehen oder sich nicht mehr richtig einzulassen oder zu glauben, man könnte diese Gefühle irgendwie umgehen. Es steht an einer gewissen Spannung zur Stoar, ist ein bisschen ein Ansatz, der etwas mehr Weltlichkeit uns empfiehlt. Das würde heißen, wir müssen, wir dürfen schon da voll mitgehen mit dieser Entwicklung, wir müssen halt nur konkret gestalten auf der individuellen Ebene und auch auf der politischen Ebene, wie es ablaufen soll und dann auch darauf gefasst sein, dass wenn wir da was investieren, dass natürlich auch etwas schief gehen kann. Mehr als so gut wie möglich dafür sorgen, dass es nicht so kommt, können wir letztlich nicht tun. Also, hier sind nochmal nur in der Übersicht, wenn man sich also differenzierter jetzt darauf einlassen würde, einige Punkte, die wir uns, finde ich, in dieser Haltung zu eigen machen sollten, die ich jetzt mal zusammengefasst habe, als Eigenverantwortung und Gemeinsinn. Also, wenn wir mit denen zu tun haben, mit diesen Maschinen, wir müssen eben die faktischen Aussagen bezweifeln. Wir müssen verstehen, logisch und so weiter, muss das alles nicht richtig sein? Müssen wir kritisch sein? Wir müssen gucken, was der da sagt, ist das denn überhaupt angemessen und die Relevanzen von Gründen, die er anführt, sind die denn überhaupt nachvollziehbar für mich? Gibt es da Vorurteile im Text? Wenn ja, am besten eliminieren und nicht vergessen, dass diese Dinger eben einfach nur Werkzeuge sind. Also, man darf sich nicht daran hängen, so als würde einem das die Verantwortung für die Gestaltung der Situation in irgendeiner Weise abnehmen. Das, glaube ich, wäre ein Trugschluss. Deswegen nebenbei bemerkt, frage ich mich auch, ob wir nicht sozusagen eine Grenze der Menschenähnlichkeit bei diesen Sprachassistenten einziehen sollten. Das eine wäre das Ideal, das immer menschenähnlicher zu machen, damit die Kommunikation immer bruchloser ist, aber vielleicht sollten die am Ende gar nicht so menschenähnlich klingen oder schreiben, gerade damit man in der Interaktion nicht in Verführung gerät, ihnen irgendwie die Einstellung wie einem Menschen gegenüber zu bringen. Also, wir müssen immer den gesunden Menschenverstand aktivieren, wenn wir das lesen, was da gesagt wird, immer wieder ein Stückchen zurücktreten und gucken, ja, aber macht das denn Sinn? Und natürlich passt das zu dem, was ich ansonsten so für richtig halte. Das sozusagen mit einer der, finde ich, wichtigsten Grundlagen, dass wir ja immer wieder damit ringen müssen, uns weiterzuentwickeln, zu lernen und zu gucken, wie das, was wir neu erfahren, zu dem passt, was wir bisher für richtig hielten. ist ein wesentlicher Punkt in der Selbstentwicklung und das nimmt uns so ein Programm keinesfalls ab. Also insgesamt, ist es also eine Chance oder ist es eine Bedrohung? Ich glaube, es ist irgendwie beides. Ich habe jetzt über viele Unzulänglichkeiten und Probleme gesprochen. Einige habe ich nicht angesprochen, wie zum Beispiel, wo kommt die Energie her, mit der wir die Sprachmodelle betreiben, wie auch die andere Energie, die wir digital verbraten. Und auch vielleicht können da neue Ungleichheiten entstehen, weil natürlich diejenigen, die diese Sprachmodelle jetzt virtuos benutzen können, ein weiteres Mal im Vorteil sind gegenüber denen, die die nicht so gut virtuos benutzen können. Das sind also Risiken, aber vielleicht gibt es auch große Chancen. Und darüber können wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber ich glaube, dass wenn es hier um Interaktionen geht, wenn wir es richtig machen, vielleicht einen wesentlichen Faktor der menschlichen Entwicklung, nämlich Kooperation in einer globalen, diversen Gesellschaft vielleicht doch so stärken können, dass wir am Ende vielleicht durch die geistigen Ressourcen, die wir dadurch freisetzen können und nicht nur dadurch, vielleicht auch die großen Herausforderungen unserer Zeit, vor denen wir stehen, am Ende vielleicht doch werden lösen können. Ganz kurzer Hinweis noch, wenn euch dieses Thema grundsätzlich interessiert, möchte ich noch ganz kurz auf meinen Podcast hinweisen. Bisher gibt es nur den Teaser, aber die ersten Folgen sind kurz vor dem Launch und also wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert das doch den Podcast gerne gleich. Die einzige Plattform, wo er noch nicht freigeschaltet ist, ist Apple. Das liegt einfach daran, dass Apple ein bisschen länger braucht. Und damit sind wir am Ende des heutigen Abends angekommen. Vielleicht kann ich noch einmal ganz kurz mit noch in die Runde schicken. Ich werde in naher Zukunft für das Netzwerk Ethik heute auch noch einen Artikel zu diesem Thema schreiben. Also wer die Newsletter noch nicht hat und das aber auf keinen Fall verpassen möchte, der sollte die Newsletter einfach mal abonnieren. Dann bekommt man es auf jeden Fall mit.